Servus Leute, frohes neues Jahr erstmal. Wir haben gesagt wir machen dieses Jahr mehr Videos und es kommen auch ein zwei neue Projekte. Ich sitze gerade in einem, aber bevor ich den euch zeige, reden wir erstmal ein wenig drüber. Also er hat den Beinamen Performance, er hat 230 PS noch, sitzt seit gut eineinhalb bis zwei Wochen bei uns. Vielleicht hat ihn schon ein oder andere im letzten Video gesehen, da war er hinten dran gestanden, die in die schlauen Kerle von euch und Mädels haben ihn vielleicht da schon erkannt. Ja, was machen wir mit der Karre? Keine Angst, der BMW ist auch noch da, der 1er ist da, der 3er ist da, der Weiser 1er ist auch noch da. Zusätzlich gibt es noch einen F31, 335i mit dem N55 Motor. Darüber werden wir auch noch ein bisschen was berichten. Aber was macht man an der Karre? Momentan bisher nur Felgen gemacht, also auf Winterreifen gestellt. Ansonsten haben wir noch wenig gemacht, aber es kommt auf jeden Fall Abgasanlage, Downpipe, Fahrwerk natürlich, Felgen, Leistung und was uns sonst noch einfällt. Wir gucken einfach mal, was wir machen. Wir haben ziemlich scheiß Wetter und wir haben überlegt, ob wir bei dem Wetter überhaupt filmen sollen. Aber eigentlich ist es wurscht, weil ich glaube, das Wetter wird die nächsten ein, zwei Wochen nicht besser. Wir haben gestern auch noch Schnee bekommen bei uns, was ganz verwunderlich ist im Januar, dass es da mal schneit. Ich habe ja nicht mehr mit gerechnet. Aber sei es drum und ansonsten wünsche ich euch jetzt erst mal viel Spaß damit. Wir machen so einen kleinen Carporn, hoffen, dass wir das halbwegs ordentlich hinkriegen. Wir fangen ja erst an mit dem ganzen Spaß. Aber ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns die Tage. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!